willkommen zurück zu einem weiteren part not so berry wir sind mit dem cooper in der letzten folge ja einmal ausgezogen denn er hatte geburtstag und wir haben uns in die uni eingeschrieben und sind in ein studenten wg apartment eingezogen das habe ich euch das letzte mal gezeigt und ja er hat heute seine erste offizielle vorlesung historische perspektiven und darf am abend von 18 bis 21 uhr dann zum sport gehen genau wir haben drei kurse gewählt wir haben in zwei tagen mittwochs kulturelle meilensteine und bewegungen in 22 stunden heißt am mittwoch von 8 bis 9 25 die politik der führung er hat einen kleinen wunsch den er sich gerne erfüllen möchte er müsste mit er möchte mit molly quatschen und er möchte jemanden küssen er ist zudem sehr sehr selbstsicher und freut sich auf die unizip würde ich sagen wir gehen einfach in ruhe gemütlich zur uni gerade jetzt wo wir in der uni sind das ist viel was vielleicht auch für den let's play nicht so gut reinpasst hausaufgaben machen die uni vorlesungen besuchen ich würde das sehr kürzen wie damals bei minti am anfang dass wir jetzt immer ein paar mehrere tage mit reinnehmen in die folgen dass wir zu zwei drei folgen tage in eine folge reinpacken dass es auch schneller geht mit der und weil wir nicht jeden tag eine folge nehmen sind machen möchten das ist einfach flotter vorangeht weil wir haben noch viele viele dinge die wir erledigen müssen mit dem kopie ich werde hier ein screenshot einblenden genau wir haben hier unsere zwei kommilitoninnen genau und da habe ich die eine umgestellten ich finde sie sieht super schick aus sie hat zwar gerade ein hygieneproblem ich denke mal sie hat die nacht durch gebüffelt aber gut der kuba ist auf jeden fall jetzt in seiner vorlesung wir sagen also sich für notizen machen wir können derzeit ein bisschen quatschen was ich zuvor habe ich möchte auf jeden fall mal gucken dass wir ja dieses studenten leben einfach rein kriegen in dieses let's play party machen freunde treffen natürlich viele beziehungen angehen weil müssen wir natürlich das ist haupt bestandteil von generation 2 liebe leidenschaft was ist das hier abram warum läuft hier ein geist bei uns rum wenn ich fragen okay was wollen wir machen du hast erst in 23 und 20 stunden die nächsten vorlesungen wir haben jetzt sechs stunden zur freien verfügung ich würde sagen wir gehen mittagessen denn du hast zum einen hunger und dann gucken wir dass wir die hausaufgaben machen und vielleicht was nehmen wir denn kommen wir nehmen so eine energieregel ist zwar jetzt nicht so bombe aber hey besser als nix und dann würde ich sagen können wir mal gucken ob die molly dran geht die geht uns ja aktuell aus dem weg hallo unsere zimmernachbarin vom hause kann sich ja mal ein bisschen mit die unterhaltung fragen und wie war dein nach abschluss fragen wie war so dein erster tag heute an der uni hattest du heute auch deinen ersten tag kannst du meinen verrückten plan vorschlagen also hausaufgaben hat auf jeden fall gemacht hier draußen haben wir auch noch ein paar sims junge erwachsene hier ist unsere kommende unsere zimmernachbarin hier kannst du dich mal lustig vorstellen ich wollte nämlich jetzt so stück für stück uns bei unseren ganzen zimmernachbarn an fröhlich vorstellen mit die unsere bei uns im dings liegen wir kriegen einen anruf hi vielleicht ist es gerade ungünstig aber ich bin gerade nach hause gekommen und habe er mich ausgesperrt haha ich bin so doof also könntest du nach hause kommen keine eile aber sowas aber sofort wäre gut aber okay wir machen jetzt mal okay und gucken was da noch bei rum kommt ja klar können wir mit unseren paps reden befreuen uns immer wenn wir angerufen werden und und sie sagt dann so hey es tut mir leid aber ich bin voll krank ich habe die grippe und er möchte sie nach dem tag fragen okay also man merkt er ist sehr sehr interessiert an molly die beiden sind voll auf der schwärmerei ebene er hat sie leider betrogen die beiden sind genau auch noch feste freunde also die haben sich noch nicht getrennt was ist wieso hier hölle und jetzt ruft der papa an fragt und mein sohn wie war es der erste tag hat es dir spaß gemacht wie sind deine kommilitonen wie war die erste nacht in der unterkunft ich hoffe sehr dass es dir soweit gefällt wenn das ist du kannst jederzeit bei uns anrufen wir helfen dir und wenn was ist du kannst jederzeit auch vorbeikommen zu uns gesagt guppa hier das ist total toll und wir gehen uns mal bezaubernd vorstellen und unser fußball beginnt gleich wir stellen stellen uns jetzt noch bezaubernd vor oh mein gott da müssen wir ihn erst mal ein bisschen sich ausrunden lassen hi leute und er sagt dann wow du bist ja sowas von ein herbst typ oh er hat sogar rosen geworfen okay wow hat jemand durchfertigkeit erworben was wuhu hier wow okay die beiden bevor wir hier irgendwas weitermachen gucken wir bitte erst mal oh mein gott sie ist verheiratet gegensätze ziehen sich an sie haben beide den ersten eindruck spaßig und kuba hat gegensätze ziehen sich an wow schon so spät aber kuba hat gut geschlafen geht jetzt zum sport hat das selber outfit an wie damals meine emmy aus familie thompson wie süß was ist hier schlafen du willst schlafen ich weiß aber das machen wir noch wir gehen jetzt erstmal sport machen dann gehen wir noch ein bisschen die sau rauslassen und er hat einfach mit jemandem geflirtet die verheiratet ist ich komme noch nicht ganz klar drauf einmal fertig und wir gehen jetzt einfach mal hier unten in das gemeinschaftsbad ich würde sagen er geht einmal duschen da hat jemand essen stehen gelassen leute das ist nicht gut wenn ihr das zeug da stehen lasst und dann würde sich frisch machen hier einmal sich frisch machen ganz flottika roddy da haben wir die molly noch mal versuchen anzufragen hier kommen wir wollen was trinken gehen will sie nicht mitgehen und dann gucken wir einfach mal wie der arm noch so ausgehen wird hier ist tote hose hier ist jemand in ihrem zimmer drin hat sogar den radio arm bist doch nicht im richtigen zimmer oja bist du okay ist ja gut also das scheint wirklich zu funktionieren dass die eine sms schicken sagen hier molly kommt doch vorbei ich würde euch alle gern mal wiedersehen lass uns mal was zusammen machen ich fand es schade dass du bei meinem geburtstag leider nicht dabei warst ich habe dich sehr vermisst und da sind wir unsere erste nacht aktivität wir sind karaoke singen ich bin froh dass sie auch nicht so gut singen kann aus wie süß ich bin froh dass sie ich bin froh dass sie kommt jemand ganz, ganz böse angestiefelt. Wie cool. So, dann werden wir uns mal ein Getränk bestellen. Ne? Das ist doch die Schulleiter von Cooperdale, ne? Das ist doch, du Dings, ihre Mama. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die hier ausgeht. Wahnsinn, Wahnsinn hier. Oh, und er ist voll sauer wegen der Sherry Rose, ihrem Witz. Ja, ja, Coop. Oh, wen haben wir hier? Paparazzi haben wir sogar hier. Oh mein Gott, okay. Oh, hier ist jemand schwanger. Oh Gott, hier sind voll viele berühmte Leute. Was geht denn hier wieder ab? Ah, da ist sie. Okay, komm hier, du kannst nochmal dich ein bisschen mit ihr unterhalten. Kannst dir mal zum Musikgeschmack fragen. Ne? Oh! Wow. Schaut, wer da ist. Sie kann es nicht lassen, es tut mir leid. Sie kann es nicht lassen. Egal, wo er hingeht, sie weiß, wo er ist. Oh mein Gott. Wow. Ich bin sprachlos. Ich bin einfach sprachlos. Das... Ach, die Tude des Damen, da haben wir ja auch geflirtet. Weißt du was? Es war wunderschön, mit dir Zeit zu verbringen. Wir haben tolle Erinnerungen gesammelt und es werden nicht die letzten sein. Da bin ich mir sicher. Oh mein Gott. Sie kann es echt nicht lassen. Egal, wo er ist. Sie bombardiert ihn mit Nachrichten, mit Anrufen. Wobei er ja klipp und klar zu ihr gesagt hat, er möchte jetzt erst mal Ruhe vor ihr. Was macht ihr jetzt? Plaudern mit Jack. Und ihr. Okay. Ja, trink mal dein Getränk. Immerhin haben wir gezahlt dafür. Aber ich glaube sein... Oh, guck mal, hier ist ein Kommoletone. Kannst dich mal lustig vorstellen im Anschluss. Oh, du singst, aber keine Musik läuft mehr. Was macht ihr? Ah. Was? Oh. Nein. 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 Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Jetzt fragt sie ihn doch tatsächlich. Gleiche Wellenlänge. Schwellende Wut. Das hört sich nicht besonders gut an. Jetzt fragt sie ihn doch tatsächlich, ob die beiden, also Freund und Freundin werden. Oh mein Gott, das nachdem sie ihm für eine Nacht Geld geboten hat. Es tut mir leid, aber also, dass der Abend so ausgeht, hätte ich glaube ich nicht gedacht. Er fragt über Hobbys, sagt Carolina, was machst du hier, was soll das mit der Frage jetzt, ob ich mit dir in der festen Beziehung sein will. Ich kann nicht mal definieren, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ich dachte eigentlich, das wäre so eine einmalige Sache irgendwie. Dann hast du mir Geld für diese einmalige Sache angeboten. Er versteht die Welt einfach nicht mehr. Oh, habt ihr das gerade mitgekriegt? Es ist sogar Minusbalken gekommen. Boah, ich glaube, ob das so eine gute Idee war, dass die sich als Paar jetzt zusammengetan haben. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Was macht er? Mach mal einen Witz über Aliens. Vor allem, sie ist halt, doof gesagt, viel zu alt für ihn. Sie hat viel mehr Lebenserfahrung, als er erst Student, Anfang 20, ich würde sie über 30 schätzen jetzt. Das kann nicht gut gehen, das kann nicht gut gehen. Ich weiß nicht, ob das so gut war, dass sie ihn gerade gefragt hat, ob sie in der Beziehung sein wollen. Ich weiß es nicht. Sag mal, über Bindungsangst reden. Sag du, ich bin eigentlich nicht so bereit für was Festes. Ich bin noch sehr jung. Du musst mich verstehen. Oh, das gefällt dir gar nicht, dass er gesagt hat, dass er eigentlich Bindungsangst hat, eigentlich nicht so der Typ dazu ist. Und sagt dann hier, du musst mich verstehen. Ich bin immer noch ein bisschen gekränkt dafür, dass du mich als Ding, als Dienstleistung gesehen hast, statt dass es einfach bei einem One-Night-Stand geblieben ist. Und da ist er ziemlich sauer. Wir dürfen die Zeit nicht ver... Oh mein Gott, was geht hier ab in meinem Spiel? Oh mein Gott, sie hat ihn angeflirtet. Oh mein Gott, sie hat ihn einfach voll angeflirtet. Oh nein, Coop, bitte nicht. Bitte nicht, Schatz. Oh nein, Coopie, du arme Sau. Es tut mir leid, ich habe deinen roten Balken nicht beachtet. So, unser Coopie hat es geschafft. Er ist nach Hause gekommen. Einigermaßen heil. Ich würde sagen, er geht jetzt mal hier eine dampfende Dusche nehmen. Wird sich einen Rest nehmen, noch was frühstücken. Dann müssen wir auch schon wieder zum nächsten Unikurs. Wir haben heute zwei... Ah ne, er geht direkt zum Kurs, okay. Ich sag nichts, ich lass ihn machen. Genau, vier Stunden und eine halbe Stunde bis zum Kurs. Okay. Die anderen wissen noch nicht so, was sie machen sollen. Ja, also Carolina ist dann gegangen, nachdem wir dann auch gegangen sind, beziehungsweise sie ist vor uns gegangen. Ich weiß noch nicht, also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war. Oh Gott, er ist voll hungrig. Übermüdet. Oh Gott. Das ist ein perfekter Start in den Unitag. Ey, oh mein Gott, Coopielein, es tut mir so, so leid. Wir werden diese Nacht keine Party machen. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ist Hausarbeit zuversichtlich eingereicht? Das hört sich doch mal sehr gut an. Okay, wir haben heute... Oh, wir haben heute Abend schon wieder Sport. So, ich habe mich jetzt doch für einen Bubble Tea Laden entschieden. Wir holen uns da jetzt einen leckeren Bubble Tea. Nur, wir haben leider kein Personal. Oh nein. Doch, da ist unsere Bedienung. Oh, okay, da ist jemand da. Okay, dann machen wir jetzt ganz kurz Pause. Ein Nickerchen. Essen bestellen. Mini Veggie Burger. Kubi, ganz schnell. Und dann müssen wir wieder zum Unterricht. Schnell. Hier, auf. Essen, 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 essen. Schnapp sie dir. Und lass es dir schmecken, mein Schatz. Und dann müssen wir auch schon wieder los. Oh, die sehen aber lecker aus, Coop. Och, Kubi. Wieso ziehst du so ein Gesicht? Also, ich habe den Eindruck, er ist aktuell ziemlich unglücklich. Ziemlich unglücklich. Weiß nicht so genau, wo das alles ihn hinbringt. Er ist total müde. Oh, Coopi, es tut mir voll leid. Er ist immer noch voll verletzt von seiner Schwester, weil die so böse zu ihm war mit diesem... Was, was, was? Genau, und ich habe mich jetzt auch gerade dazu entschlossen, Sozialhase auszumachen, weil da ist nur Schrott drin. Das tut mir leid. Ich fand das so eine coole Idee. Aber selbst die Molly schreibt jetzt deine Followerzahl und du stimmst komplett ein. Du Null. Wow, also... Dann brauche ich das Zeug auch gar nicht, wenn die ihn nur beleidigen die ganze Zeit. Kubi, ich muss es jetzt abbrechen. Du musst in die Uni. Los, los, Schatz. Es tut mir leid. Wir rufen den Papa später an oder wir gehen nach Hause und besuchen sie alle. Das können wir ja machen dann in Ruhe. Ach Gott. Ja, ja. Der Coop. Ich glaube, das wird noch so eine Eingewöhnungsphase brauchen. Und bis wir in der Uni sind, ist die Uni vorbei. 100 pro. So, wie versprochen, habe ich jetzt gesagt, wir verbringen... Den Tag bei unserer Familie. Wir werden jetzt gleich unsere Mom einmal umarmen. Unseren Dad einmal umarmen und sagen, hey Leute, ich habe es... Ich habe euch vermisst. Ich musste zu euch kommen. Emiliano habe ich mit eingeladen, als ich hierher gereist bin. Und wir werden sie jetzt einfach mal erst alle umarmen. Und der Sheryl Rose sagen wir, das war nicht nett. Können wir ein bisschen Unfug treiben, einen Streich spielen. Was, eine Backpfeife geben? Wir erschrecken sie mal aus Rache. Und sagen, das war wirklich nicht cool. Aber er sagt, auch dich habe ich sehr, sehr vermisst. Er fühlt sich ein bisschen einsam im Studentenwohnheim. Aber die Eltern sagen dann auch, hey, das ist vollkommen normal. Oh, die beiden. Oh, wie süß. Und seine Eltern sagen dann so, hier, das ist vollkommen normal. Du musst dich ja auch erst mal einleben. Wie gefällt es dir denn so? Wir sind deine Kommilitonen. Und er sagt dann, ja, die sind alle ganz nett. Ich habe nur halt von meinen Freunden lange nichts gehört. Die Molly meldet sich auch nicht so wirklich bei uns. Und die Eltern sagen so, hier, vielleicht sind sie sich alle auf die... ...Abschlüsse am Vorbereiten. Wir klopfen jetzt mal an die Tür, dass wir rein dürfen. Und dann wird er ihr die Revanche mal geben. Und sie natürlich auch fragen, wie der Tag denn war. Und sagen, hier, das geht nicht. Das war sehr unfreundlich von dir. Und sie sagt, und wie ist es in der Uni? So, na so, ja, ganz gut. Und sie dann so, und, und? Wie war es mit Carolina? Was läuft da denn bei euch ab? Und er so, ja, wir sind jetzt ein festes Paar. Sie sagen so, ja, aber du und Molly, ihr seid doch irgendwie zusammen. Und sie sagt, er sagt dann so, ja, von ihr höre ich irgendwie nichts. Hast du sie denn in der Schule gesehen? Sie so, nein, die ist seit einer Woche schon krank. Die hat scheinbar die Grippe. Und die beiden sind hier voll am rumturteln. Und dann wird er hier mal seinen Kumpel begrüßt und sagen, hey, voll cool, dass du da bist. Und Emiliano hat natürlich mittlerweile Bescheid gegeben, dass er mit der Sherry Rose zusammen ist. Dann wüsste man mit ihm rumshackern und sagen, hier ist so schön für euch beide, dass ihr zusammen seid. Ich freue mich sehr für euch. Wo sind unsere Hunde überhaupt? Ah, sie kleine Maus. Hi. Wie lange hast du denn überhaupt noch Zeit? 32 Tage. Da ist unsere Reed. Ja, unsere Reed konnte leider noch nicht mit zu uns ziehen. Die wird erst später einziehen, wenn wir dann fertig sind mit der Uni. Und uns dann ein schönes Haus oder ein Apartment dann zulegen. Dann werden wir sie zu uns holen. Aber wir werden sie jetzt mal begrüßen und sagen, hey, kleine Maus, wie geht's dir denn? Da flitzt sie auch schon lang. Wo ist sie hingeflitzt? Wo ist sie? Ah, die spielen Verstecken. Okay. Okay, ich glaube, das können wir lassen. Ich glaube, das funktioniert nicht groß. Das wirst du auch schaffen, wenn du nicht die ganze Zeit Quatsch machst. Und wieder liegt er am Boden. Kupi, es tut mir so leid. Irgendwie. Ja, so sieht unser Kupi doch schon ein bisschen besser aus, oder? Ich glaube, das hat gut getan, dass wir nach Hause sind. Jetzt wird er sich einen Kaffee holen. Okay. Ich glaube, das schaffst du aber nicht, Schatz. Ich glaube... Ja, du darfst jetzt zum Fußball. Ich glaube, du darfst jetzt zum Fußball. Zur Arbeit. Offiziell zur Arbeit. Aber wir wissen, er geht zum Fußball. Und dann haben wir den zweiten Unitag schon geschafft. Wir müssen uns dann unbedingt noch, wenn wir zu Hause sind, an die Hausaufgaben setzen von diesen beiden Kursen, die wir heute hatten. Morgen haben wir wieder nur einen Kurs. Heißt, es ist wieder ein bisschen entspannter. Ich glaube, wir brauchen vier Sims-Wochen, um die zwölf Kurse abzuschließen. Wenn wir immer drei machen, drei, sechs, neun, zwölf, ja, sind es vier Sims-Wochen. Dir die Zähne zusammenbeißen muss, er ist schon wieder total müde. Kubis, tut mir echt leid. Also irgendwie... Boah, das sieht lecker aus. Und dann nehmen wir uns da ein Gericht von. Dann müssen wir noch Hausaufgaben machen. Und dann, versprochen, darfst du dich ins Bett hauen. Und wir werden dann durchschlafen bis zum nächsten Tag. Hier ist ein Gemälde. Uh! 217! Hat keiner gesehen. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Also werden die das nicht in ihren Inventar automatisch packen, dann tut es mir leid. Also, Entschuldigung. Aber, hm, ich weiß nicht. Tö, nö, nö. Und... Oh ja, komm, wir machen uns Waffeln. Unsere Mami ruft an. Wir haben kürzlich darüber gesprochen. Nein, ich denke, das ist keine gute Idee, Mindy, wenn ihr noch ein Baby bekommt. Ihr habt drei, äh, vier wunderschöne Kinder. Gesunde Kinder. Bananen-Split-Waffeln machen wir uns zum Frühstück. Und ja, dann beginnt der letzte Tag für diese Folge. Dritter Universitätstag. Mal gucken, ob der ein bisschen besser wird heute. Ich drücke ihm die Daumen. Die anderen sind alle schon auf der Weg. Zoni, er ist schon jetzt der letzte, der, glaube ich, noch hier ist. Und es ist bald Liebestag. Und ich hätte eine super coole Idee. Was würdet ihr davon halten, wenn wir am Freitag, am Liebestag, auf ein Blind-Date gehen? Ich fände das eine super, super lustige Idee. Ich habe das noch nie so groß ausprobiert. Nur einmal ganz kurz in der Soap von der Sims YouTube Community mit Herz. Und da ist wirklich einiges Lustiges passiert. Deshalb würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich sagen, geht Kubi auf ein Blind-Date am Liebestag. Machst du? Warum gehst du früher zum Kurs, wenn deine Waffeln noch nicht fertig sind? Hallo? Warte, deine Waffeln! Wieso willst du nichts essen? Oh nein! Unsere Studenten sind irgendwie alle ein bisschen fertig mit den Nerven. Da war wieder unsere Kommilitonin. Die hat auch wieder ihr Hygieneproblem... Was ist das denn? Hallo, ich bin Mr. Krabs. Und wer bist du? Ich bin Mr. Krabs Junior. Wer ist denn das? Larry der Hummer. Aha, Larry ist auch hier, okay. So, der Cooper hat sich jetzt ganz spontan dazu entschieden, die Carolina mitzunehmen. Plossom Greenberg. Ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Ur-Ur-Urgroßvater des Freundes deiner Cousine zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen hat. Nimmst du die Erbschaft an? Wattie, hast du gehört? Wir haben einen Ur-Ur-Urgroßvater des Freundes deiner Cousine. Unter welchen Bedingungen? Boah, wir haben 2500 Simoleons gekriegt. Wow. Dann hol mal einen Tisch. Sie will Shines draußen essen, okay. Und Trevor setzt sich einfach an die Theke. Wie cool. Wow, jetzt hat sie sich sogar noch umgezogen. Und dann bestelle ich direkt für euch für den Tisch. Wow, sie hat sich voll schick eben jetzt nochmal gemacht. Sie will Shines ihn von der hübschen Seite überzeugen. Hier, komm, ihr könnt euch mal was gönnen, würde ich sagen. Wir haben immerhin 2500 Simoleons Erbe gekriegt, auch wenn wir den Ur-Ur-Urgroßvater aktiv nicht kannten. Festiges Frühstück, Fischtacos. Ich glaube, sie wäre so ein Taco-Fan. Und ich glaube, der Kupi nimmt sich hier den, das Sandwich. Jetzt hat sie sich voll aufgebrezelt. Ich fasse es ja nicht. Und dann werden die beiden jetzt mal das Gespräch zueinander suchen. Gerade eher gesagt, der Kupa zu ihr. Zu wem hat er den Kuss denn jetzt geworfen? Okay, die beiden. Zu wem hat er denn den Kuss gerade geworfen? Okay, auf jeden Fall sagte er jetzt hier, ich wollte mit denen nochmal über dieses eine Thema sprechen, dass du mir Geld für unsere gemeinsame Nacht gegeben hast. Da komme ich nicht so mit klar. Das ist nicht mein Stil, ich würde dir das Geld gern zurückgeben. Sie so, nein, möchte ich nicht. Sie wehrt sich da vehement. Und sagt dann auch, das war es mir wert, auch wenn es dir das nicht gefällt. Ich weiß, man macht das nicht so. Aber sie wollte ihm zeigen, wie viel sie ihm bedeutet. Und er sagt dann auch so, ja, aber das ist auch so ein bisschen der falsche Weg. Er wird immer mit Bindungsangst reden und sagen, hier, auch dass du mich halt jetzt gefragt hast, ob wir was Festeres haben wollen. Er hätte sich das nicht drunter vorgestellt. Ging ihm vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Herr Sung, er möchte auch die Welt noch bereisen. Wenn er Politiker wird, kann er nicht mit so Floskeln dann auch noch ankommen. Das versteht sie, Schatz, nicht so. Langweiliges Gespräch. Also sie akzeptiert es nicht so, meiner Meinung nach, dass er Bindungsangst hat, dass er sein Leben genießen. Was, was ist, was ist? Wer hat hier Techtelmechtel? Mal gucken, ob wir unser Essen bald bekommen. Auf jeden Fall haben die Sims hier alle liebender Luft. Irgendjemand ist hier auch am Techteln. Er denkt dann auch so, ja, sie ist eine sehr erfolgreiche Frau. Sie hat Erfahrung, sie ist erwachsen. Es schmeichelt ihm natürlich auch, dass sie so ein Interesse an ihm hat, aber er kommt halt da noch nicht so drauf klar, dass sie ihm halt einfach Geld für die Nacht gegeben hat. Das ist aufgebracht. Er ist voll aufgebracht, immer noch wegen dem Sozialhase-Ding. So, wir haben jetzt mal kurz die Location gewechselt. Die beiden sind jetzt hier ein bisschen am Sandburgenbauen. Und sie sagt ihm jetzt auch nochmal, er soll das bitte jetzt nicht so negativ sehen. Er soll das am besten vergessen, dass sie ihm das Geld dafür gegeben hat. Sie hat ihn wirklich sehr, sehr gerne. Er studiert, er braucht die finanzielle Unterstützung. Und er soll es einfach als Bonus sehen zu seiner Arbeit, die er im Haus geleistet hat. Sie war total begeistert, wie er das gemacht hat. Aber er sagt aber, ich weiß ja, dass es in dem Sinn nicht dafür war. Es war ja für die Nacht, die wir zusammen hatten. Und dann wirst du mal hier was zu essen bestellen. Sie sagt dann, Kup, bitte, mach doch jetzt die Zeit, die wir zusammen haben. Wir haben doch so eine schöne Zeit. Mach die nicht kaputt. Es war ein Fehler von mir. Ich mach's nicht wieder. Ich verspreche es dir. Lass uns einfach die Zeit zusammen genießen, die wir hier haben. Lass uns uns unterhalten. Wie war's in der Uni? Erzähl mal von der Uni. Und die Zeit versucht er dann auch dann natürlich zu genießen. Denn er ist schon von ihr auch angetarnt. Und mal gucken, ob wir was zu essen bekommen. Sie könnte sich ja was bestellen, wenn sie Lust hat. Und ja, guck doch mal, was für eine schöne Aussicht wir haben. Wo gehst du hin? Ach, dein Essen holen. Stimmt. Sie hat sich sogar schon direkt nackig gemacht. Wie krass. Wie krass. Wie krass. Wie krass. Dann könnt ihr euch mal mit Wasser voll spritzen. Nach Entbindungstermin fragen. Hä? Also ich weiß nicht genau, was das jetzt war. Aber okay, gut. Er hätte sie fragen können, wann sie entbündet. Hm. Könnt ihr euch nicht im Wasser küssen? Im Wasser küssen. Oh ja. Macht das mal. War sie lacht? Ja, Kupa, dein Handy ist jetzt kaputt. Wenn du das im Wasser lässt. Nee, sie ist nicht schwanger. Sie ist nicht schwanger. Nein, 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 nein. Das hätte ich gewusst, wenn die schwanger wäre. Ja, ja, aber er trotz den ganzen Diskussionen, die sie so führen, kann er halt trotzdem nicht die Finger von ihr lassen. Weil das trotzdem so berauschend ist, was er mit ihr erlebt. Er hat einfach dieses, dass eine ältere Dame, die erfolgreich ist, einfach so Interesse an ihm hat. Über, was? Über Bindungsangst? Ach, Bindungsangst reden. Ach so. Oh, ich dachte jetzt schon, was geht denn jetzt schon wieder ab hier? Was macht sie jetzt? Chat? Ah, sie hat ihm ein süßes Kompliment gemacht. Über Bindungsangst reden. Da will sie überhaupt nichts von hören, von der... Oh, 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 oh. Sie will von der Bindungsangst überhaupt nichts hören. Wie krass. Ihr ist das vollkommen egal. Also, na kommt, das machen wir jetzt noch zum Abschluss. Ihr dürft jetzt noch ein Techtelmechtel machen. Was wäre eine Folge bei Not so Barry nicht ohne Techtelmechtel, gerade bei den beiden. Und wo geht ihr jetzt hin? Wo macht ihr das? Jetzt bin ich gespannt, wo sie das machen. Nein, sag bloß, ihr macht das jetzt hier in dem Bett. Oh nein, Cooper, bitte nicht. Oh, die geht aufs Klo. Hatten eine Partynacht, waren bei der Familie und haben dann mit Carolina den Abend so verbracht. Und, ja, die beiden Techteln jetzt einfach, während der Rest, ja, hier dem Alltag nachgeht. Ach, Cooper. Nein. Bitte verhüte. Ich kann es nicht auswählen. Nein. Cooper. Du darfst nicht jede schwängern. Es tut mir leid. Das dürfen wir nicht machen. Und? Das war wenigstens ein freudiges Wuhu. Puh, sie hat einen geschützten Geschlechtsverkehr. Oh, sie hat zum Glück geschützt. Puhu. Das hätte mir jetzt noch gefehlt, wenn sie ein paar Folgen später ankommt. Ach, übrigens, Cooper. Du wirst Daddy. Auf jeden Fall. Okay. So süß, wie die beiden jetzt hier schlafen, während die anderen da im Badezimmer sind. Machen wir Schluss für heute. Die Folge war, ja, Chaos irgendwie pur, meiner Meinung nach. Es hat nicht so wirklich geklappt, wie es sollte. Ich war nicht ganz bei der Sache. Das tut mir leid. Aber ich hoffe dennoch, dass es soweit dir Spaß gemacht hat, dass du dich gefreut hast, soweit auf die Folge, dass du dich auf die kommende Folge freust. Wir gucken, dass wir weiter die Uni machen. Ich werde jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei Vorlesungen, die wir haben, jetzt am Freitag überspringen. Wir werden dann am Samstag uns wiedersehen bei Familie Not-So-Berry, unsere Not-So-Berry-Challenge. Und wir werden den Sport auch ausfallen lassen für den Samstag, dass wir uns da was Schönes vornehmen können. Ich denke, das hat der Cooper sich auch verdient. Ja, auf jeden Fall haben die beiden ihre Beziehung gefestigt. Sie sind jetzt ein paar, sie hat ihn gefragt. Er hat sein Missgefallen darüber geäußert, über die tausend Simoleons, die sie ihm gegeben hat für die Nacht. Er hat gesagt, das kann er so nicht akzeptieren, das ist nicht er. Sie hat gesagt, komm, schwamm drüber. Sie macht es nie wieder. Erglaubt ihr das? Und mit dem Statement würde ich jetzt sagen, beende ich diese Folge, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und freue mich dann, wenn du in einem weiteren Not-So-Berry oder in einem anderen Let's-Play mit dabei bist. Und würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.